Ja, der kleine Sportfreund hier, das ist der Entenerb Eddy, von uns auch 3E genannt. Dem ging es eine ganze Weile überhaupt nicht gut. Der hatte dolle Bronchitis und war völlig entkräftet, wurde dann entwurmt. Er konnte auch nicht mehr laufen. Wir haben ihn ordentlich aufgepäppelt mit Rotlicht und Pfefferminztee hat er bekommen. Und heute ist endlich soweit, denn heute geht es gleich zu seinen Kollegen. Ich glaube die freuen sich auch, die haben gerade Frühstück. Da hinten ist seine Truppe. So Eddy, und jetzt? Na komm, Eddy, wo sind sie? Das war's. Untertitelung. BR 2018